Müsste jetzt laufen. Wir stehen wieder hier. Ready zu verlieren. Mit Soak wäre es tausendmal einfacher. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Mit Soak schmeißt du da eine Hydra hin und rennst hier hinten hin und die Hydra schießt immer noch da vorne. Mit dem Neko hast du das Problem, du kommst nicht ran. Wenn du nah genug dran bist, dass die Minions angreifen, bist du auch nah genug dran, dass der dich killen kann. Ist ein bisschen problematisch. Wir versuchen es trotzdem. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Kein Weltuntergang. Wir müssen den Trottel nicht bewegen. Vielleicht probiere ich es morgen früh nochmal mit der Soak. Die ist zwar erst Level 17 oder 18 oder so, aber wie gesagt die Hydra, die bringt es halt. Ich habe halt leider keine Standardattacke jetzt drin. Aber ich komme da so gut wie eh nicht dran. Ich komme angreifen. Ich bin aus dem Essens. 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 Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin 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 bereit. bereich das ist wenn man mit pest spielt ziemlich cool die nova von blut wo gebreitet sich okay das kennen wir noch das kennen wir das ist zweimal gettet wir haben es geschafft diesmal waren wir viel aggressiver sind viel öfter rein man hat gesehen meine skelette haben diesmal sehr viel mitgekämpft vielleicht auch das team allgemein ein bisschen besser weiß nicht also ich habe beim letzten kampf schlecht gekämpft und ich glaube das team war auch ein bisschen schlechter geschafft cool falls ich morgen früh früh genug aufstehen sollte werde ich es noch mal mit der sorg probieren aber die ist erst level 17 oder 18 aber whatever probieren geht über studieren jetzt würde ich mal sagen mache ich feierabend vielleicht level ich noch ein bisschen die sorg aber offscreen ohne ohne stream ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr klar reden ich kann nicht mehr klar denken ich bin durch wir haben heute glaube ich fast zehn stunden hier an dem link gesessen gesessen mit kommentar ja gut danke leute fürs reinschauen hoffe ihr hattet spaß wir sehen uns beim nächsten mal ne euer döskop und entorn